Jetzt. Jo Leute, was geht ab? Sei ruhig. Also wir werden jetzt im Kreativmodus ein Haus bauen und Slaver wird das auch machen. Ja, aber während... Und wir werden dann Nachbarn sein. Ja. Wieso geht eine Puma an meine Schuhe? Schau. An meine Schuhe. Weil du ihn geschlagen hast. Nein, jetzt habe ich ihn geschlagen. Ja, das ist Slavers neues Spielzeug. Hört ihr es? Hallo, Zyga. So klingst du, wenn du schnarchst. Nein! Ich schnarche nicht. Ich schnarche nicht. Ich schnarche nicht. Hey, Deutschland. Was sind das? Grüne? Grüne Mamas. Der geht ins Wasser. Aha. Da ist das sehr gechillt. So, by the way, das hier ist mein Haus und sicher nicht Slavers Haus. Der kann nicht so gute Häuser bauen. Ah! Slaver? Ah! Don't touch me, Slaver. Don't touch me, Eva. Mein Haus ist eine Höhle. Nee, Spaß. Wieso ist Hose von meiner Hose dran? Wieso ist Hose von meiner Hose dran? Da ist Hose dran. Warum baust du dich? Ich wusste nicht. Ich wollte... Slaver baut sich selbst bei seinem Spiel. Ich wollte Bilealisch machen. Bilealisch. Ja, aber dann fand ich sie zu groß. Das war gar nicht so. Dann fand ich sie zu groß. Wieso fliegt eine... Aha. Wieso? Schau, schau. Also, Leute, ich pausiere hier das Video und komme dann wieder, wenn ich bereit bin. So, ich. So, Leute, da wären wir wieder und gerade Werbung... Wer... Werbung. Werbung ist da. Werbung. Boom, boom. I like the boom, boom. I like the boom, boom, girl. Ich habe nicht gedacht. Ich habe schon dran gedacht, dass ich... Das ist copyright. Ich hätte gedacht, dass ich so ein großes Po mache. Ein großes Po mache? Du hast kein großes Po. Du bist ja keine Frau, oder? Das stimmt. Aber du wärst gerne eine. Nein! Das klang gerade ein bisschen komisch. Das sieht aus wie eine, eine, eine. Eine. Slaver. Das sieht aus wie ein Pickel. Slavers Pickel. Eine Dokumentation. Und alle Pickel von Slaver. Ja, ich muss der Tiger mit dem... Ich spucke wegen dir die ganze Zeit auf das Händchen. Ich muss der Tiger mit dem... Das klingt auch ein bisschen komisch. Im Hintergrund hört man einen Tiger, der Slaver angreift. Und das würde ich auch bei seinem Anblick also... Slaver baut sich selber. Ob das gut kommt? Ich weiß es nicht. Ich pausiere das Video wieder. So, da wirren wir wieder. Ich habe jetzt ein bisschen gebaut. Jetzt muss ich... Slaver, du hast gepupst. Das stinkt wieder. Du hast schon mal in deinem Video gepupst. Das ist ein bisschen kleine Regenbogen. Also, wir sind jetzt hier beim Dachbau. Ich brauche ja Arme. Das ist auch sehr komisch. Ach, nee. Du brauchst Arme. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Armee. Eine Armee. Das klang gerade so eine Armee. Ja, so sieht unser Haus bisher aus. Sieht ein bisschen komisch. Ach, cool. Akku HD. Akku HD. Akku HD. Nein, falsch. Nein, Mensch. Kannst du ruhig sein? Danke. Das macht... Ich versuche gerade jetzt hier zu bauen. Kannst du mal ruhig sein, bitte? Also, wir bauen hier jetzt gerade das Dach. Und Slaver baut sich selbst, weil er denkt, er ist zu schön. Nein, einfach nur wegen Dummheit. Eben. Du hast dich gerade selbst beleidigt. Das liebe ich an dir. Du beleidigst dich ständig selbst, genau wie ich. Ah, war du auch? Hat es hier Hautfarbe? Oder sonst mache ich mich einfach gelb. Ja, sagt Pink. Steht Salmon. Ja, Leute. Ich bin noch hier. Ich bin einfach gerade. Versuchen, am still zu sein, damit Slaver auch still ist. Du bist wie ein Baby, das nie still sein kann. Nein, jetzt sind wir wieder ruhig, Slaver. Slaver, mach deine Treppe auf seinen Arm, damit man ihn besuchen kann. Besuchen, besuchen, uren, uren, uren. Besuchen, uren, uren, uren. Warum machst du eine Treppe auf deinen Arm? Es leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Slaver, du leckst. Das nenne ich ein Bug, kein Leck. Es leckt. Wie lecker. Der Kuchen. Der Kuchen. Ich rede nicht. Rede nicht Deutsch. Alles. Der Kuchen. Ich meine Jululu-Deutsch. Hilfe, ich will nicht auf Google. SBB.ch Jetzt heißen mir. Jetzt heißen. Jetzt heißen. By the way, ich wohne in der Schweiz. Slaver, ich wohne in der Schweiz. Slaver, ich wohne in der Schweiz. Slaver, was ist das? Wir haben. Ja, Leute, Pause. Schon wieder mit Husten am Start. Ich bin pink. Das ist gerade der schlechteste Zeitpunkt, um das zu sagen. Wir bauen jetzt die Inneneinrichtung. Hier drüben machen wir was auch immer. Ich weiß es nicht. Slaver, ich will nicht wissen, was du machst. Warum nicht? Weil es dir peinlich ist. Ich habe eine Idee. Du hast es schon viele Ideen, aber die meisten davon sind schiefgegangen. So, mal Beleuchtung hier reinbringen. Cool, ein Abwaschbecken. Ähm, ja, was wollte ich hier noch hinsetzen? Slaver, man hört in diesem Video nur dich. Man hört in diesem Video nur dich. Ich sehe aus wie ein Schwein. Ich sehe aus wie ein Schwein. Ja. Ich sehe aus wie ein Schwein. Junge. Die Ohren, stimmt. Die Ohren, die Ohren. Die Ohren. Ich wollte gerade meinen Zaubertisch einbauen. Ich habe einen Enderman gehört. Ich bin Slaver, ich habe Angst. Stimmt doch, oder? Was hast du gebaut? Noch nicht. Was hast du gebaut? Noch nicht. Ja, noch nicht gucken. Google, ne? Noch nicht gucken. Ich bin in München. So, dann haben wir hier eine Double Chest und dann machen wir ein Nachttischchen. Dann ist hier eine Lampe. Leute, Slaver ist wieder mal zu laut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich. Ja, Leute, das ist meine Wohnung. Wartet mal, wir müssen noch einen Garten machen. Wir müssen noch einen Garten machen. Leute, ich bin gleich wieder hier. Also, jetzt bin ich fertig. Ich habe hier hinten noch einen Garten gemacht, hier mit Karotten, in der Mitte Kürbissen und ganz rechts Kartoffeln, glaube ich. Ja, dann können wir hier rein. Dann haben wir hier die Küche mit dem Braustand, dann den Ofen, dann hier das Abwaschbecken, die Chest und dann noch Fackel, Bett und Zaubertisch. Ja, das war es eigentlich. Wartet mal, wir könnten eigentlich... Nein, Slavers Haus kommt. Ja, das ist in einem nächsten Video. Was, ihr könnt die Hohe nicht verzaubern? Das ist ja voll scheiße. Also, los in 15 Minuten muss ich nach Hause. So, ja, das war es mit meinem Haus. Äh... So, ja, das war es mit meinem Haus.